Gibt's hier irgendwelche krassen? Kennt ihr irgendwie? Oh Alter, 500.000, da wird doch locker was hinterfliegen. Der Spiegel fliegt. German Road Rage. 9 Minuten, 500.000 Aufrufe, da muss doch was hinter sein. Oder? Da muss doch was hinter sein. Oder wie sehe ich das jetzt hier? Clickbait, wir gucken uns das an. Wie viele Likes und Dislikes hat das? Das ist relativ gut. Vielleicht ist das ja gut. Ich habe gerade übelst Bock auf diese Rage-Videos. Ich liebe das. Nee, aber ich fühle, ich fühle, ich fühle das viel, ich finde, wisst ihr, ich fühle das viel mehr, wenn es passiert, so in dem Land hier. Das muss in diesem Land passieren. So, weil dann fühle ich das viel mehr, weil die Mentalität stimmt dann viel besser. Irgendwo in den USA oder in Russland, Mann, in Russland, die schlagen sich alle die Köpfe ein, aber da juckt es niemanden, so, weil Russen sind so stabil, wisst ihr, so. Und deswegen, Deutsche fühle ich mehr, weil ich bin Deutscher, so, deswegen. Das, das, das ist ein Kandidat. Oh, ja. Oh, oh, würde ich dem sein Klühwein aus... Oh, oh, ja. Oh, ja. Sofort, sofort. Was denn für lauter? Es geht nicht lauter. Man hört kaum was. Ich höre auch kaum was. Oh, Mann. Los, mach nochmal Stress. Obwohl, na gut, kommt halt drauf an, wenn die jetzt, wenn da jetzt 20, 20 Männer unterwegs sind, dann hätte ich vielleicht nichts gemacht, aber wenn, naja. Ach, Mann, das ist natürlich, am, am Computer reagiert man immer nochmal ganz anders als in der Situation selbst. Das, das dürft ihr halt auch nicht vergessen. So, aber ich sehe halt, dass mich, dass das so Adrenalin in mir kickt, Alter, weil ich diese Situation so fühle, weil ich auch schon so oft in so Situationen war. Das Problem ist halt, besoffen darf man auch nicht unterschätzen, so. Den, 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 den Klatschstönen um, der stiebt ja auf, weil der eh nichts mehr rafft. Deine Verbindung bricht die ganze Zeit ab. Ja, warum? Was macht der Radfahrer eigentlich da, Junge? Keine Ahnung. Deine Verbindung zwischen was? Ja, Bruder, die Telefonen. Da kommen die Fahrradcops aus Köln. Was fahrt ihr da eigentlich nebeneinander? Was nebeneinander? Ja, ihr fahrt die ganze Zeit nebeneinander. Was soll ich auch gerade für die Nummer gewesen? Ihr fahrt so. Ja, und? Ihr blockiert die ganze Straße. So sieht es aus, Straße? Straße, S. Junge, Fahrräder teurer als alle Motorräder zusammen. Straße. Ja, und? Ja, was? Ja, und? Kollege Töpfer, ich will mal aufpassen, was du hier machst. Du darfst damit gar nicht aufs Straße fahren. Erzähl mir keinem vom Pferd. Ja, ist doch so. Du hast nicht mal Licht. Erzähl mir keinem vom Pferd. Du hast nicht mal Licht. Ich will die Diskussion mal ausüben hier. Du hast nicht mal Licht. Hast du Licht? Ja. Ja, mach ich mal aus. Gepissart. Mach das nur einmal, wahl es dich. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ach, ich hab gesehen, weil du mit deinem... Ich hab Situationen... Ich bin ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin einer, der geht auf so eine Situation ein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, sagen wir mal, 80% von den Leuten, die so rumlabern, wenn du darauf eingehst, passiert da nichts. Da passiert nichts. Das sind die Leute, die haben einfach eine große Fresse und die denken halt, dass man sich dadurch unterkriegen lässt. Aber gehst du darauf ein, merkst du, dass sie dann auf einmal gar nicht mehr so krass darauf eingehen. Ich hatte so eine Situation, hatte ich schon oft, wo dann hier irgendwelche 40-Jährigen denken, die können Affen machen. Aber im Endeffekt passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich hatte das schon oft. Und ich hatte leider schon oft diese Situation, weil ich auch sehr... Ich bin immer sehr... Ich bin halt ein sehr komischer Charakter. Ich bin halt auch oft laut draußen und mit Leuten zusammen so... Ich bin halt... Ich zieh sowas halt auch irgendwie mehr oder weniger an. So, aber es passiert nichts. Ich boxe mich nicht. Aber ich schreie viel rum und ich rede auch viel mit... Rede auch in so einer Situation sehr oft mit Leuten. Und da passiert nichts. Es passiert nichts. Er labert mir, soll ich mal, soll ich mal. Warum macht denn der das? Weil er merkt, dass irgendein 16-Jähriger auf einer 120er unterwegs... Da hat der erwachsene Mann eine große Fresse. Wahrscheinlich ist der hier jünger als sein Sohn und er macht jetzt Maul so oft. Das finde ich immer ein bisschen schade irgendwie. So, weißt du? Die Frage ist, ob er die Fresse jetzt auch bei einem anderen 40-Jährigen gehabt hätte. Wisst ihr, was ich meine? Warum habe ich so ein rotes Gesicht? Weil ich einen hohen Blutdruck habe. ...bein gemacht hast. Ja, ich habe euch gezeigt, ihr sollt rüberfahren. Mit dem Bein. Mit dem Bein. Ja. Soll ich die Hand vom Gas nehmen? Extra für euch. Ja, zum Beispiel. Nee. Dann kannst du mal vernünftig miteinander reden. Jetzt sagen, sagst du mir fast mal auf, Kollege. Habe ich gar keinen Bock zu. Machst du doch jetzt auch, oder? Ja, weil ich mit ihm reden wollte. Ihr haltet mich da jetzt schon wieder auf. Ja, ich halte dich auch. Ich halte gleich mal richtig auf. Ja, mach doch. Ja. Könntest du glauben, wirklich. Ihr dürft damit nicht mehr auf die Straße fahren. Das ist wirklich scheiße. Ja, aber es ist doch so, wo ist denn dein Licht? Wie dachte ich, der Fahrrad? Wo ist denn dein Licht? Was ist denn da? Mit seinem Trinkstrohhalm, Alter. Geil, geil. Ich kann es sehen, wie schnell... Ah, die Fahrräder sind überkrankt. Das muss man sagen. Das sind geile Fahrräder. Ich fahr. Oh, guck mal, wie geil das einfedert. Junge, wie geil das einfedert. Oh. Boah. Was willst du machen? Die hört aufs Maul hauen. Du fährst illegal. Ich nicht. Die aufs Maul hauen. Mann, Junge, man hört doch an der Stimme, dass da irgendein 16-, 17-Jähriger drauf sitzt. Das ist doch... Das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe ja eine Aufschnauze. Mach, komm. Ich habe immer noch einen Kollegen. Mann, Alter. Die richtigen Leute, die labern nicht rum. Die klatschen um und fertig ist. Da ist kein... Leute, die das ernst meinen, die labern nicht rum. Die erzählen dir nicht 15 Minuten lang, dass sie dir gleich mal eine zeigen werden. Die erzählen dir nicht, dass sie gleich mal dein Licht an deinem Motorrad ausmachen. Was übrigens sehr lustig war. Die richtigen Leute, die legen los. Die quatschen nicht. Das ist einfach so. Ja, fahr weiter, Alfa. Fahr einfach weiter. Ah, Junge. Was ist denn? Dieser... Der Zensierbalken. Fahr einfach weiter. Du darfst damit nicht aufs Straßen fahren. Ich, ja, komm, geh. Hofpolizei. Hast du auch nichts von. Gibt es eigentlich irgendeinen Jugendlichen oder jungen Menschen, der kein Handy hat, was, äh, der ein Handy hat, was nicht kaputt ist? Ich kenne nur Menschen, die kaputte Handys haben. Ja, lass den Sender nochmal gucken. Ja. Gehen die mir auch in den Sack, ey. Ja, nicht mehr. Was war das denn gerade für ein Move? Ey, 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 guck mal. Ich hab ihnen die Zunge rausgeschickt. Ja, die dürfen damit echt nicht aufs Straßen fahren. Ja, aber ich würde vor allem nebeneinander. Das hat mich auch abgefragt. Also, ich würde jetzt hier nicht rumlabern. Du darfst damit nicht auf der Straße fahren. Was mir aber auf den Sack gehen würde, ist, dass sie nebeneinander fahren. So was machen wir gerade auf einer Landstraße nicht, Alter. Da kommen Autos mit 100 kmh angefahren, die zwei Tonnen Gewicht haben. Da fährt man nicht als Fahrer mit... Man fährt hintereinander. Aber man fährt doch nicht nebeneinander auf einer Landstraße. Das ist doch komplett dämlich. Ich fahr gar nie wieder. Raffa Thalia, dankeschön. Hey, los. Nö, ich möchte heute mal weiter. Pass auf, Junge. Wieso, ich? Vielleicht kriegst du eine Wixler. Oh, ey, das ist schwierig. Junge, das ist so... Just 16 year old things. Lass den mal verfolgen. Er sieht aber auch... Der sieht aber auch aus wie einer, der auf jeden Fall, wenn es auf die Schlägerei ankommt, auf jeden Fall nicht wegfahren würde. Oh, Mann. Hey, aber du darfst niemals vergessen. Wir waren auch alle in dem Alter. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich mit 16, 17, 18 gemacht habe, da denke ich mir heute so, oh, geil, Alter. Ich würde es immer wieder tun. Nein, aber man entwickelt sich halt weiter. Das ist immer blöd, sich immer über so eine Situation lustig zu machen, so. Weil vor fünf Jahren war ich... Warte mal, wie alt bin ich denn jetzt? Ja, vor fünf, sechs, sieben Jahren war ich ja auch noch da gewesen, weißt du? So, und da habe ich auch... Ich habe auch Dinge gemacht, wo ich mir heute denke, so what the fuck... Was vorher passiert? Mein Freund und ich sind in einer 50er-Zone 60 gefahren und der Taxifahrer hat uns im Überholverbot überholt und geschnitten. Und jeder Motorradfahrer weiß, wie sowas ist. Ja, also nur Motorradfahrer wissen sowas. Für die Leute, die hier nur Englisch sprechen. Was ist los mit dir? Ja, geht's dir noch gut, Mann? Was ist los mit dir? Ja, geht's dir noch gut, habe ich gefragt. Hast du mir die Tasten im Schrank oder was? Hast du gehindert, Mann? Ich fisch ab, Penner, du. Was? Fisch ab. Erklären Sie mir, was ich gemacht habe. Was habe ich gemacht? Hallo? Wir haben da richtig Muppet fahren. Hä? Wir haben da richtig Muppet fahren. Ja, was habe ich denn gemacht? Du sollst mal richtig Muppet fahren. Ja, sagen Sie mir... Jungen, er hat ja gar keine Argumente. Ich fisch ab, was ich gemacht habe. Jetzt macht er noch das dritte Mal... Jetzt macht er noch ein drittes Mal die Tür auf. Sag mal. In diesem Moment war ich extrem sauer. Ich bin eigentlich sehr geduldig und freundlich, aber wenn so ein Typ über meine Mutter redet, werde ich wütend. Ja, so... So dieses... Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Hurensohn, glaub mir, Digga. Das ist ein Hurensohn. Geh mal zu deiner Mama. Ey, ich halte sehr viel von Ehre. Ich will nicht, dass man über meine Mutter redet. Zwei Sekunden später. Das ist ein Hurensohn. Das ist ein Hurensohn. Zumal der muss es ja hochgeladen haben. Der Typ hat das hochgeladen. Er hat hochgeladen, wie er eine Sachbeschädigung vollzogen hat. Also irgendwie... Also wenn er stehen geblieben wäre und wenn er abgestiegen wäre und ihn irgendwie zur Rede gestellt hätte, was auch unnötig ist, geh mal zu deiner Mama. Das ist ja keine Beleidigung. Also das kann man ja... Das ist ja gar nicht auf die Mutter bezogen, sondern das ist ja darauf bezogen, dass er sich so aufführt, als wenn er noch zu seiner Mutter gehen müsste, weil er alleine nicht fähig ist, zu leben. So. Aber das betrifft ja nicht die Mutter, diese Aussage. Also irgendwie ist das... Aber danach dreimal Hurensohn sagen. Also irgendwie... Man, Junge, der arme Taxifahrer, Alter. Weißt du? Muss denn wahrscheinlich... Oh, Junge, das ist so unnötig, Alter. Wirklich, aber das ist... Das ist wirklich richtig unnötig. Junge, wurde der seine Kamera befestigt. Das macht mich überaggressiv. Nein. Jetzt geh doch... Jetzt geh doch... Jetzt fahr bitte nicht zu dem Mann mit dem Krückstock und... Nein. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ey, das erste Mal, dass jemand wenigstens was... Ey, der Opa, der hat noch Krips, Mann. So muss das sein. Hohohoho. Ey, Junge. Ach, sorry. Bei einem Typen, der mit einem G-Stock schon laufen muss, da bleibt man doch... Ach, Mann. Ja, aber ich hab da halt andere... anderes Denken irgendwie. Beste Zensierung. Oh, beste Zensierung. Man sieht auch überhaupt nicht, dass er jetzt einen Wheelie macht. Hä, was wird denn das? Was wird denn das? Was ist denn... Was soll denn die Zensierung jetzt da aufstehen? Hä? Haben wir's bald? Ey, Junge, das macht mich grad überaggressiv. Was soll das denn sein? Oh! Oh! Man hat halt wirklich gar nichts gehört. Na ja, gut. Ja, ist halt... Ist halt Deutschland. Ey, aber das... Guck mal, es wird ja schon immer besser irgendwie. Aber ich glaub, die richtig krassen Sachen, die wirst du halt nur finden, wenn du halt so... Wenn du so in diese ausländische Richtung gehst. Bitch, I sound like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch, bitch? You, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it. Vielen Dank.